Das ist mir gleich ins Auge gefallen, hier hat kein Mensch Rechte. Doch, genügend Leute. Hier herrscht eine Hierarchie. Anarchie. Ist doch scheißegal wie. Irgendeine Schie. Eine Jasminarchie herrscht hier. Frauen an die Macht. Macht sauber. Macht. Alter. Hallo und herzlich willkommen zurück. Den kannte ich noch nicht. Kanntest du den? Ja, schon lange. Das geht aber noch anders, der macht sauber, macht... Ich weiß nicht mehr. Ich kannte den noch nicht. Oh Gott. Ist das so ein gemeiner Witz? Hey, du darfst. Ich darf? Alex, bist du drin im Match? Nee. Herzlich willkommen bei RalfMX84. Ich sag mal hallo, ich bin NetterMalf. Also, mit uns spielen hier der Maeve. Hallo. Hallo. Spiegel irgendwas. Hallo. Äh, was noch? Alex, du bist ins andere Team. Oh. Virokiller und... Ich weiß. Und Katafi. Katafi spielen wir mit? Ja, hast du wunderbar gemacht, Atom, Emma. Nö? Ja. Kriegst trotzdem nix für. Was, 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 was? Katafi, du Schlempfe. Ohne Witz, ne? Katafi wollte messern, ne? Ich bin dem Maeve irgendwie in fünf Minuten hinterhergelaufen. Oh, jetzt bin ich richtig aggressiv. Das macht mich aggressiv. Ich bin gra... Alter, noch nicht mal Level 1, du hast gleich gemessert. Ich bin gerade Level 1. Du warst ja halt... aus dem Weg. Alter, was geht denn hier bei mir ab? Warum leckt denn das so? Brauchen wir das ausmachen? Oh, hallo. Da steht der Katafi auf dem Dach. Ach, ach, Mann. Das leuchte ja, das ist ja unfair. Das hängt bei mir echt übelst, aber mein Ping ist auch nicht normal. Hier sind's alle. Hier sind's ja. Okay, dann ist das komisch. Aber für dich reicht's noch. Das ist nett. Ich wollte doch erst sehen, könnt ihr euch wieder oben runterschießen, Mann. Ja, Bonds sind dann doch irgendwie... What the hell? Wallbanger. Ups. Wallhack. Ja, Tobin line. Oh, Tobin line. Oh, hallo. Kannst du denn her? Ach, da drüben. Mach mal raus. Ja, das war aber auch mehr Skill. Ähm, mit mehr Luck als Skill, meine ich. Ich liebe es. Ich bin klar. Ah. Down steht er. Als bekanntes Konzept. Du kennst das. Das, weißt du, bei den anderen. Die kennen das noch nicht. Das ist neu für die, wenn meine Base-Convert gemessert. Aber du solltest das kennen. Oh, dann. Wo sind sie denn? Oh, Gott. Ich bin der Herrgott. Die Lache. Oh. Ich glaube... Die spawnen da alle, ne? Die Schweine. Oh. 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 Äh. Hm. Hm. Nicht schießen. Ach dann. Ich bin freundlich. Bitte nicht. Ich war doch freundlich. Ja, ich auch. In der Zeit funktionieren wir es doch auch nie. Oh. 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 Ach nee. Boah. Na. Freundlich, freundlich, freundlich. Freundlichkeit, kommt weiter. Nice. Nice one. Hast du Ängste? Och. Ach hier, die Bots, die haben auch Wallhack an, ey. Ja, die sehen halt auch überall Umrisse, weißt du? Ja, die ganze Zeit leuchtest du rot für dich. Ach. Ach. Wir sind ein leuchtender Christbaum. Aua. Aua. Das tut auch weh, wenn man einen so anschießt. Wenn es schnell genug geht nicht. Sehr nice. Almost. Das tut auch weh, wenn man einen so auszünden. Lass das sein. Ohne Witz, ne? Mach das nicht nach meiner Rastik so aus, ey. Dann bist du mein erster Rage-Crit ohne Witz. Oh Gott, wo bist du? Komm her. Da, 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 irgendwo hier wird geschossen. Ich glaube, der Bot dominiert mich gleich, ey. Ne, ist das so klar, ne? Jetzt hast du einen Anreiz, ne? Ja. Ja, ihr habt einen Shop Gun, ja? Beobachtet das mal aus der Ferne. What? Oh. Wo? Du, ey. Ach, die Runde. Ne, ne. Ne, ne, ne. Trotz sind doch wie Zombies, der Mann. Ah. Das ging aber fix. We are, you got it. Laufen wir mal hier mit. Ah, ich hab mir Christi verstanden. Ach so, natürlich. Oh, 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 oh. Das ist schon Goldmesserstufe. Wir machen das. Ja. Sehr nice. Nice. Ja, gut, gut, gut. Lol, war der Bot wirklich Zweiter? Ja. Ne, Alex ist Zweiter. Ne, der Atomhase ist Zweiter. Ja, aber der Bot Dritte. Ach so, ja. Hat er, hat er. Gut gut. Hat er, hat er. Hat er, hat er. Hat er, hat er. Hat er schlecht, diese Runde. So schlecht auch wieder nicht. Tschüss. Was hat man noch nicht? Tschüss. 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 Have zum nächsten Mal. Tschüss. Schuld... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020